Musik Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, nachdem unser Schulhaus jetzt eh zwei Wochen im Dornröschen-Schlaf war sozusagen, ist es ein guter Auftrag auch für das neue Jahr bei uns in der Schule, dass so viele begeisterte junge Menschen ihre Freizeit mit so einer sinnvollen Tätigkeit wie Schach spielen, verbringen, freut mich als Lehrerin ganz besonders. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Tag, ein gutes Spiel, mit dem ihr dann am Ende des Tages zufrieden seid und dass ihr am Ende des Tages dann mit schönen Preisen und Pokalen nach Hause gehen könnt. Und das ist halt gut, da bin ich mir halt. Das war mit dir. Unser Verein Schachpädagogik in die Schulen arbeitet jetzt seit 2010. Wir organisieren Schachkurse in Schulen in ganz Österreich mittlerweile, haben in etwa 150 Schulen, an denen wir Schach anbieten, mit in etwa 1500 Schülern und dadurch können die Kinder natürlich einige wichtige Kompetenzen fördern, lernen besser vorausdenken, rechnen lernen, räumliche Vorstellungskraft, Lesefähigkeit, all diese Sachen werden durch Schach gefördert und deswegen machen wir unsere Schachkurse und versuchen eben so viele Kinder wie möglich zum Schach zu bringen. Das Projekt wird ständig ausgebaut, wir versuchen immer mehr Schulen, immer mehr Kinder zum Schach zu bringen, das Angebot an möglichst viele Kinder zu stellen, sind natürlich lange noch nicht am Ziel angelangt. Wir wollen, dass jedes Kind in Österreich die Möglichkeit hat, Schach zu lernen und an einem Schachkurs teilzunehmen. Schach. 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 Ich blockiere ja alles. Die Turniere habe ich vor einem Jahr begonnen, auch in Bad Vösslau. Und dann habe ich noch drei weitere gemacht, also heute ist das vierte Turnier. 25 bis 44 Teilnehmer, also sie sind immer sehr gut besucht. Ja, mit der Finanzierung ist es ein bisschen ein Problem, weil die Sponsoren nicht so zahlreich sind, wie in anderen Sportarten, zum Beispiel beim Skifahren oder beim Fußball, aber so ist es eben. Herzliche Gratulation! Applaus Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Applaus Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!